so da sind wir wieder mit klein otto und natürlich ist immer bist du auch gut im bild immer wieder die frage wie bringe ich mein papagei etwas bei also das wichtigste ist erstmal dass ihr ein lecker nicht egal ob es manche haben obst also ich sag mal weintrauben oder wie auch immer bananen chips oder ich habe witzigerweise ja oder in neuer verpackung die pinien kerne von der firma ja die bekommt ihr bei rewe kosten 1,79 euro die gebe ich meine und ihr seht wie verrückt du kannst ja sonst hier mal auf die zuschauertribüne ein bisschen gehen weil wenn wir dir jetzt was beibringen dass das wissen ja alle bist du dazu sehen warte mal ich mache mir die kamera ein bisschen höher damit du auch ein bisschen besser im bild bist nicht dass wenn du gleich also leute gleich wackelst und ganz ruhig oder ist immer total nervös so kann ich ja jetzt bist du auch da oder ich muss mal die kamera einen kleinen tipp zurück machen und du musst hier ins bild kommen hier ist dein ja so genau das ist eben immer sehr aufgeregt aber oder kann natürlich ihr habt ihr ein küschen gegeben fein gemacht so jetzt mache ich das ganze mal mit otto und ich mit khaleesi sondern damit ja die beiden eigentlichen küschen geben dann kriegen sie immer was was wollte ich denn nie oder nur hör mal auf zu klauen ich zeige euch jetzt eben was mit otto und nicht mit khaleesi weil hallo was ist nie hier los keine khaleesi ist gut jetzt hör auf weil das kann das wissen wir ja und wir wollen jetzt mal gucken wie otto sich anstellt wenn er zum ersten spielzeug hat und zwar bei diesem spielzeug das habe ich heute von gekauft und wir gucken mal wie otto und wie viel angst otto jetzt hat er weiß er mittlerweile auf dass das hier ein trainingsplatz ist und das ist hier immer der platz wo hier was ja jetzt ist ja mal gut oder lass mich doch mal das kannst du dir gleich angucken was das gucken wir uns gemeinsam an so sieht das ganze aus ja die sind ganz niedlich also die sind nicht so groß daumen größe was natürlich schön ist für ein paar bei die anderen das zeige ich euch auch noch das video da warte ich nur noch auf antwort von trick sie warum das erzähle ich dann im nächsten video die sind etwas größer die sind schon klar das passt schon so was ich an diesem spielzeug so witzig fand als ich das jetzt im laden gesehen hat waren diese dinge hier dass man dass der hund hier das mit der nase hochklappen soll damit er dann da an diesem leckerli rankommen soll und hier hinter kann man was auch ein leckerli reinlegen dann schiebt er das da hoch und der papagei muss es beiseite schieben in diese fächer kommen eben auch leckerlis rein da wird dann der eben einfach aufgestellt der papagei soll es runter nehmen und kann ich sie also du bist ja immer ganz frech also kann ich sie 0,1 wenn man die nicht beobachtet die dose auf und dann ist die dose leer mein 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 fräulein so geht es nicht nach odo so wir versuchen jetzt mal genau guck mal an also wirklich auto hat das ja noch nie gesehen und eigentlich hat er davor auch nicht so auto pass mal auf mach mal den hier auto da drin auto da also die war doch die dinger sind sehr tief aber auto kommt da so ran mit dem schnabel das geht genau macht ihr mal auf hier ja fein weiter noch mal ja fein muss ich weiter machen ja genau so auto da also ja was soll ich dazu sagen ihr seht kann ich sie hat das sofort auto hühner da noch ein bisschen mit rum so karlissi hat es gleich wieder verstanden ja und du musst die und du dehnst mir so fein noch mal nein jetzt zeige ich otto das zack otto hier und fein noch mal ja otto du musst den da machen ja fein weiter also du musst gehen ja so und jetzt sind sie da alle kommt ein bisschen schwer ran mit seinem schnabel also kriegt er jetzt auch wie ihr seht wie schnell ein paar paar noch mal fein was gelernt hat nochmal otto na und siehe da das ist jetzt hier kein trick oder irgendwas geschnitten ich schneide das jetzt auch nicht wie lange filmen wir jetzt sieben minuten schon war noch mal aber trotzdem in sieben minuten inklusive ab zu den ganzen kram was wir jetzt noch mal otto haben wir das schon verstanden hier hast du ja nichts mehr drin karlissi und rumpen dann da liest du hier so hier fein oder so ja also hier sehen das ist nicht schlecht schon mal so jetzt wollen wir mal gucken mit denen hier otto 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 so karlissi kommen her ja fein otto hier so otto so da den den ja nochmal weiter schieb mal guck mal da ja fein ja weiter ja fein ja fein zack nee den nicht den da oder wir sind jetzt bei den hier ja fein ein bisschen tief die löcher finde ich jetzt so so zack zack so otto pack mal auf hier haben wir hier und hier haben wir auch noch zwei zack ja hier da ist lustig ne nicht da ja fein so und den otto hier Ja, untersucht mal. Nee, den nicht. Otto, hier. Ja, weiter. Ja, weiter. Guck mal da. Ja, fein. Fein. So, und bei diesem soll man dann eben diese Pinienkerne hier reinlegen. Ja. Otto, hier. So, und dann muss er den da runternehmen. Zack. Knick, knack, fertig. Fein, Otto. Ja, und jetzt guck mal hier bei dem, Otto, hier. Ja, fein. Also, ihr seht, auch Otto. So, kannst du jetzt auch eventuell lauf nicht so viel rückwärts. Setz ihn mal da hin. So, ich komme hier schon ein bisschen. Ja, Otto, du kriegst ja auch. Ups. Fein. Och, Otto, ich komme noch. So, kann ich sie hier. Ja, fein. Fein. Ja, siehste. Also, man kann mit seinem Papagei ziemlich schnell eine Menge Spaß haben. Aufgaben für ihn geben. Die Dinger einfach alle füllen. Und den Papagei einfach mal machen lassen. So, und ich möchte. Es steht auch sehr gut, muss ich sagen. Also, auch wieder gute, gute Gummifüße sind an dem Spielzeug dran. Ja, und Otto sitzt hier gerade bei mir auf der Schulter. So. Genau. Und das ist eben dieses Trixi-Spielzeug. Also, das Spielzeug ist ganz gut. Das wollte ich nur einmal zeigen, dass es ziemlich schnell geht. Ihr habt ja gesehen, auch Otto lernt das sehr schnell. Also, kann das auch euer Papagei wahrscheinlich relativ schnell lernen. Es soll jetzt nicht heißen, dass Otto durselig ist. Aber Otto hat ja noch lange nicht so viel Training wie Khaleesi mit irgendwelchen Spielzeugen. Aber trotzdem macht er das natürlich super. Und ihr seht, es ist, wie schlau Papageien sind. Und das fasziniert mich immer wieder. Ja, ihr beiden Süßen. So. Gut. Das war's dann erstmal. Ciao. So. Da bin ich nochmal. Und zwar habe ich mir überlegt, da ja heute, der jetzt, ja, jetzt wird wohl Sonntag sein, bis der Film jetzt drin ist, der zweite Advent ist. Und ich dieses Spielzeug eigentlich ganz gut finde. Und Otto findet das auch gut, ne? Ja, Koko. Findest du das auch gut? Otto? Ja. Würde ich sagen, alle die, die einen Kommentar unter diesen Film lassen, kommen in ein, da von diesen Namen, die werde ich mir dann alle aufschreiben, die einen Kommentar abgegeben haben. Davon werde ich eben die Namen abschreiben, werde die hier in einen Pott tun. und dann kann Khaleesi da einen Namen rausziehen und demjenigen schicke ich so einen zu. Jetzt nicht das, wo meine drin waren, aber eben dasselbe Spielzeug. Kriegt ihr dann von mir geschenkt und dann könnt ihr das auch mit eurem Papagei machen. Ich würde sagen, was ist denn heute? Heute ist der, äh, der 9. dann, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Machen wir es bis, bis Samstag, den 15. Äh, bis, ja, bis Samstag, den 15. 18 Uhr, dann werde ich eben, äh, Khaleesi dann abends den Namen ziehen lassen und Sonntag dann den Film online stellen mit dem Namen derjenige, der das bekommt und der schreibt mich dann eben an mit seiner Adresse und dann lasse ich ihn das zukommen. So machen wir das. Das ist mein Adventsgeschenk dann sozusagen für euch und für die ganzen Abonnenten auch eben, worüber ich echt glücklich bin, sind schon mittlerweile über 900 Stück. Ja, Khaleesi, sag mal, da kann man ganz schön stolz schon drauf sein. Oh, kann ich da rauf? Oh, warte mal. Ja, warte mal. Ich mach die Kamera mal höher. Ja. Ich mach die Kamera mal höher. So. Okay. Ja, sehr schön, Khaleesi. Fein. Äh, ja. Ja, eben, wie gesagt, es sind schon 900 Abonnenten, die jetzt Khaleesi hat und das freut mich natürlich. und deshalb verschenken wir das jetzt und bis zum 15. Ist ja der 15. Naja. Genau. Bis nächsten Samstag dann eben und dann wird Khaleesi einen Namen ziehen und dann werden wir mal sehen. Alles klar. Okay, das war's dann erstmal. Ciao. bit. Tuba. 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 Summa. Tuba. Tuba.